Musik Da ich nicht wusste, ob die Leute selber eine Zugabe vor dein Jubiläum und direkt ein Buch Musik 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 Zugabe Als ich ein kleiner Junge war, erkannte ich intuitiv, dass es sich für mich sehr viel einfacher bewerkstelligen ließ, beim Spielen die Füße zu benutzen. Nur waren es damals andere Zeiten. So begab es sich, dass die TherapeutInnen im Kindergarten die Meinung vertraten, das Kind sollte nichts mit seinen Füßen machen. Stattdessen trainierten sie mit mir die Hände und bastelten allerlei Hilfsmittel dafür. Zum Beispiel gaben sie mir einen Löffel, der etwas zum Mund gebogen war und dessen Griff eine Schlaufe besaß, damit er mir nicht aus der Hand fallen konnte, wenn diese sich mal wieder ungewollt öffnete. Und ja, es ging. Ich konnte damals mit der linken Hand und diesem Löffel essen. Allerdings brauchte ich zusätzlich noch eine rutschfeste Unterlage und einen ansteckbaren Tellerrand aus Plastik. Und der gesamte Platz, an dem ich saß, sah hinterher immer aus wie ein Schlachtfeld. Anfangs glaubten meine Eltern an die Sinnhaftigkeit dieses Trainings und brachten ihr Missfallen zum Ausdruck, wenn ich etwas mit den Füßen machte. Allerdings hatte ich damals schon einen ziemlich starken, eigenen Willen und verwendete meine Füße trotzdem weiter. Zunächst heimlich und später dann unheimlich. Nach ein paar Jahren erkannten meine Eltern, dass ich meinen eigenen Weg finden musste, mit meiner Behinderung umzugehen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Mir ist bewusst, dass ich noch mehr mit meinen Händen machen konnte, als ich sie noch regelmäßiger gebrauchte. Allerdings hätte ich mit Sicherheit nie den Grad an Selbstständigkeit und diese Fertigkeiten erlangt. In meinen Füßen habe ich viel mehr Feinmotorik und somit mehr Möglichkeiten, Dinge selbst auszuprobieren und Fähigkeiten zu erlernen. Diese Möglichkeiten, zusammen mit etwas, das ich gerne als Alltagskreativität bezeichne, lassen mich viele Taten vollbringen, von denen früher kein Mensch geglaubt hätte, dass ich sie kann. Hätte ich mich damals nicht gegen die TherapeutInnen und meine Eltern durchgesetzt, hätte ich die Fußfotografie zum Beispiel nie für mich entdeckt und dann würde es dieses Buch nicht geben. In der vierten Klasse kam dann ein neuer Schüler zu uns, dessen Spastik ungefähr auf dem gleichen Level war wie meine. Auch sahen wir uns ziemlich ähnlich, aber es gab zwei entscheidende Unterschiede zwischen uns. Zum einen konnte er deutlich schwerer hören und demzufolge auch erheblich schlechter sprechen als ich. Zum anderen hatte man mit ihm von Anfang an geübt, so viel wie möglich mit den Füßen zu machen. Deswegen konnte er zum damaligen Zeitpunkt deutlich mehr als ich. Von ihm guckte ich mir einiges ab. Jedoch übernahm ich seinen Stil nicht eins zu eins, sondern passte ihn nach Gutdünken meinen Bedürfnissen an und entwickelte die Fähigkeiten weiter. Und diese Entwicklung ist mit meinen nunmehr 40 Jahren noch immer nicht abgeschlossen. Vor nicht allzu langer Zeit konnte ich zum Beispiel nur mit einer Gabel essen. Es war mir nicht möglich, einen Löffel mit dem Fuß zu halten und ihn zum Mund zu führen, ohne dass die Speisen auf dem Weg wieder herunterfielen. Eines Tages sah ich in einem Laden einen Löffel im Regal hängen. Ich hatte nicht danach gesucht. Mir fiel plötzlich auf, dass dieser einen etwas anderen Griff als gewöhnliche Löffel hatte. Einer Eingebung folgend stellte ich mir vor, dass er wohl fußlich sein würde und kaufte ihn spontan. Und siehe da, das Essen mit diesem Löffel klappte nach nur kurzem Probieren wunderbar. So lerne ich stetig dazu und baue meine Selbstständigkeit weiter aus. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so sagt man. Aber es heißt auch alles zu seiner Zeit. Noch eine kleine Anekdote am Rande. Zu DDR-Zeiten gehörte es zum guten Ton, dass die Kleinen im Kindergarten lernten, ihre Hände auf den Tisch zu legen, wenn sie dran saßen. Da meine Spastik die Hände praktisch im ganzen Raum verteilte, nur nicht auf dem Tisch, kamen ein paar Leute eines schönen Tages auf die clevere Idee, meine Hände auf der Tischplatte festzuschnallen. Das versuchten sie allerdings nur ein einziges Mal. Denn meine Spastik kann sich zuweilen auch mal zurücknehmen und mich entspannen lassen. Jedoch ist sie sehr freiheitsliebend. Und wenn jemand versucht, sie zu bändigen oder einzusperren, dann wird sie zu einem Bären und wehrt sich mit ungeahnten Kräften dagegen. So kam es, dass ich als 5-Jähriger mit damals sehr dünnen, fixierten Armen einen richtig schweren Stahltisch auf einer Seite anhob. Mit der Spastik ist halt nicht gut Kirschen essen, wenn sie in Bedrängnis gerät. Der erste Hände hat bis heute überlebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020